da ist er ab dem haus hat er in dem hochhaus alles was so hoch ist ich sehe die schlampe ich bin der Luft zu dem er nachdem man endlich das war auch gut ich mache mich nützlich waren die Götter nach einem Mann ist so der ist auch den Katarrenniss hier machen der ist nur ich bin noch nicht schützt dich mal nachher ab jetzt nicht mehr ich gebe einen vollen Deckung die das macht er denn die kann ich messer an der hessie er stimmt er die messer doch mal ein bisschen ein mal er ist so lange an doch doch nach oben auf dem haus ist ja und ich sage doch die ganze zeit man die ist auf dem haus die bombe ja ich habe auch noch gar nicht macht es jetzt kaputt das ist ja voll spannend dass die bombe immer woanders ist ja ich hoffe auch dass das in die er dass er sich noch weg dass die erst dass die meine gleiche stelle ist und und er hat das ist besser jetzt während ich im fahrstuhl bin einstürzt wird es ein gewisses fest ist es die zweite das Haus neu kein kürz ich muss wo wo er hat er fliegt in der luft rupf er zugegeben steht auf der falschen Seite des Hauses sein es ist richtig Nee. Hab ich den? Doch. Das hört's genau bei mir. Es ist gerade... Oh mein Gott. Ich flieg mal jetzt im Silence. Achso, er meint der Sache fliegen. Ja. Ah. Wo? Das hab ich nicht bekommen. Aber ich lese mal grad seine Augen. Vielleicht brauche ich dann keine Brille mehr, die er eh nicht hat. Welches nimmst du? Das rechte oder das linke? Weil ich hab das jetzt rechte. Ich nehme das linke. Wie lange muss man da draufhalten, damit das... Drei Tage. Das ist überall Staubmensch. Du siehst einen Staubmensch? Ja. Handyman. So ein Bossgegner oder sowas? Ein Freund angerufen, der hat nur einen Fall gebaut. Ich muss ihn schnell abholen. Dafür will ich aber auch gerne einen Blowjob dann. Gut. Bis später. Oh, was schießt denn da auf mich? Knallkörper. Ich klaue den Köln. Scheiße. Bist du eigentlich nicht bewusst schlecht, oder? Ja. Oh man, oh man, oh man. Ah, verkackt's. Ah, scheiße. Da hieß ja leider. Und ich mach mal. So mitnehmen. Mit extra Pommes. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Warum hast du ne Maske auf? Warum? Warum liegt der Staub? Die Bombe kriecht nicht von hier. Das schaut voll komisch aus, als ob du voll dein Hintern brennen würdest oder so. Jetzt klaut er meinen Helikopfer. Wow. Episch. Episch. Ich hab's nicht gesehen. Episch. Oh Gott, es ist spannend. Ahhhh. Ich werde überleben. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Ha, ha, ha. Haha. Scheiße. Kässe. Überhaupt nicht. Hahaha. Musik 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 Musik